das ist industriegebiet ich komme nicht ganz an weil ich auch noch mal gestartet habe unter mir ist es ein auto das ist nur ein schandfleck ich versuche jetzt gleich eine karre ist das ein auto mein gott das ist ein haus oder ich brauche eine karre oder was oder wo oder wie es fliegt aber keiner mit ich muss gleich ein ende laufen rechts stand doch letztens eine karre naja gut auch zone ist nah das geht ich lasse euch die kreise mal hier immer weiter durch da kannst du halt drauf chris auf die kreise das auch gut drauf ich bin auch im kreise oben auf ok ja ich wusste nicht ob du ach so oder war das benni der unten war ok so ist überhaupt was wo ich jetzt hier bin keine ahnung ein bisschen was einmal hätten auch ein auto hier glaube ich ja meist die neue wache wieder ja ich glaube nämlich auch von mit wenn ich die finden sollte jetzt mal 9 mm auf verdacht schon mal mit auf nachkaliber 12 freundlich dreifach war mit hier weiß ja nie weil das alles für die m416 mehr ist hier nicht oder was würde ich denn jetzt hergerannt und wenn man mal hier in die kreise auf die kreise drauf ist das da lkw ach hier kommst du nicht drauf die haben gar keine auch scheiße ich habe keine waffe schlecht da ist nichts drin ach du scheiße ich habe keine waffe also er kann man mal mit dem 24 aber die nehme ich mir aber dann liegt hier eine qbu hhhhhh 5 3 ich habe auch aber kein dreifach ziefern ruft fliege packte es meist drauf ich habe ja 150 schuss für das ding reicht ja wohl oder was mehr mit dem platz hast du noch millimeter irgendwo gesehen kriss hier irgendwo in dem rum her genau das ist ein auto das bin ich das nicht ja nimmst mich nein nimmst mich mit oder was ich muss ja auch noch ich habe hier nicht viel ja ich will jetzt erstmal hier gucken keine neue hier oben liegt ein päckchen ich bin schon da also hier danke ist noch ein ding für mich erweitertes magazin für die j ist neun cool statt 30 schuss hat die dann 42 ja es ist doch schon mal was oder so eine schnell schießende waffe ist das schon nicht schlecht wie viel medikits hast du schon wieder ja auch ein dreier rucksack ja da wohl nicht gesehen aber dann hast du uns das nicht gesagt dass er nicht ja hier oben lag keiner tatsächlich aber egal habe ich ja gefunden dann passt es so lassen wir ihn wo hin ich brauche noch etwas ja gut ich will ja fertig haben ja sage ihm das doch okay ace multivitaminsaft war auf den ganzen runden pötten drauf und jetzt ist benny alleine woanders hingefahren zum looten wenn ihr das theyh das ich du hast auch die karra noch mitgenommen hier alter wahr alles hier geht alles mit online Kannst du gerne nochmal anhören Junge Gar nicht Na ja, man lebt halt gesund Schadstoffe müssen raus aus dem Körper, so ist das normal Junge Das ist doch nicht so weiß So Sag mal, wieso fahrt er nicht dahin? Du musst ihn mitnehmen, Chris, ich glaub er hat da keins mehr Ja egal Haben wir ein Ziel? Oh, what? Ob wir ein Ziel haben? Ja, erstmal zonenmäßig, ne? Papiere, drei, blau Hier ist nichts für mich, toll Okay Man hat's ja mal probiert Da wird aber was los sein bei Yunlin Ich vermute auch Sind wir denn schon ready für Yunlin? Oh, schrecklich ja Ja Und ein Wangenholster, das ist schon mal beides nice Bist du das Tony? Ja Hört man mich jetzt schon? Oh Gott Oh, naja, dann haben wir mal 5 mit Oh, naja, dann haben wir mal 5 mit Jetzt bin ich schon, jetzt mach ich einen auf Chris, nehm einfach 5 Heildinger mit Warum machst du mich jetzt, ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich hab einfach zugegriffen 9mm Munition brauch ich Hier liegen 2 Stacks Oh, hier nochmal 3 Hab genug Nenn mich an Komm, AirDrop oder wat? Erweitertes Schnellzugriff Oh, cool Erweitertes Schnellzugriff-Magazin Zwei Schuss weniger, aber Geht noch schneller nach Kann es sein, dass wir hier alleine sind? Ja Benny, hast du ein erweitertes Magazin schon für die Waffe? Nee Ich hab hier eins Hier Ich hab eins grad getauscht gegen erweitertes Schnellzugriff-Magazin Oh, okay Du spielst ja auch mit euch, aber sonst hab ich die markiert Dann hast du ein Magazin Wenn jemand jetzt noch, ach scheiße, kann man lieber 10 Wenn jetzt noch jemand ne geile Sniper findet, dann wär das cool Ich mein, ich hab dmr Oder ein 6-fach Scope Oder ein 6-fach Scope Also eine M24 zum Beispiel Von mir aus auch eine K98 Keine Drago? Nee, also ich hab ne dmr Hab ich tatsächlich schon ne SLR Ist eigentlich auch gut, aber so auf Distanz Ich weiß nicht Ob ich dann doch lieber ne Sniper schreibe Will ich ein 4er Visier? Ja, hab ich Will ich noch neun Millimeter bei mir, Benny? Um Ein bisschen Zone, wir sind nicht drin Oh, hier war aber einer, hier liegt ne Gefärbte Scar Okay Ja, die hab ich auch gesehen, diese schwarz-rote, ne? Nee, bei mir lag der orange Ich glaub das ist vom Game aus Nee, nee Ich glaub ich, dass die da irgendeiner abgelegt hat Doch, wenn er die Waffe weg Ja, aber warum sollen die Waffen wechseln, ne? Warum nicht? Ja, gegen eine bessere Ja, wenn er die nicht spielen mag Also das passiert tatsächlich häufig Und dann genau an diesem Punkt, wo die anderen haben? Ja Nein So Hier liegt auch ganz viel Moni Hier hat auch einer eine Barrel abgelegt Mit ganz viel Moni Ja, echt? So, ich bräuchte noch mal ein Visier größer 4 Ja, ich auch M416 Schalte einfach für die MP, oh cool Was? Verweitet das Magazin nochmal für die MP Hier ist noch Moni für die MP Und die MP auch nochmal Schüsse aus Westen UBZ Guck noch schnell für ne neue Waffe Diegel Diegel Zone kommt, ah schade Lass ich weg hier Oh fuck, wir müssen wieder Aufstehen Oder eben kurz auf uns aufmerksam gemacht Ich konnte nicht widerstehen Wieso hängen wir denn der Zone schon wieder so hinterher? Ja, Benny Ich das wüsste Oh Okay, lass mal in die Richtung gehen Da hat sich nämlich gerade einer mit dem Drop abholen lassen Mhm Okay Mhm 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 Okay. Das sind noch Häuser, wo wir hier erst bei. Wir haben nicht viel Zeit, Tony. Ich weiß. Und die Zone macht gleich Schaden. Ja. Kann da so durchrennen durch die Heu. Und dieser Drecksberg da hinten. Guck, Bratpfanne hatte ich noch nicht. M24, da ist sie ja. Zack, genehmigt. Bist du aus Westen? Kann das sein? Das kann ich auch nicht mehr. Alter, war hier überhaupt jemand? Und erweitert das Magazin direkt. Nice. Aber kein Scope. Das wäre jetzt auch noch geil gewesen. Durch zwei Häuser und dann Scope alles gekriegt. Aber nee. Oh, Nase, Alter. Ich juckt. Schlüssel von rechts, von Osten ungefähr. Das ist hier rechts in die Stoff. Oh, ja, links. So, ey, dolly. Hä? Äh, wo ist der Fettfingert? Hm. Ah, hm. Hä, 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 hä. Fettfingert. Nuh, nuh. Da sind auf jeden Fall auch welche nicht in der Zone. Hier ist Tür offen bei mir. Türen offen. Sechser. Auto. Auto. Erweitert das Schnellzugriff-Magazin bei mir, Benni, für deine Waffe. Die kommen. Die hornen ab. Ja. Ohne. Wenn ich, hier ist mein erweitertes Schnellzugriff-Magazin noch, ne? Weil du das brauchst für die MP. Das lädt so deutlich schneller nach. Habe ich die markiert. Oh, klar. Nein, warte. Wow. Hast du ihn? Boom. Ist da noch einer? Wo sind die? Ja, noch eine. Markier die mal. Rinn. Oh, da hinten. Äh, ach so, gelb bin ich. Hier werde ich da von der anderen Seite gebumst. Hey, wir müssen aber auch gleich weiter, ne? Hast du ein gutes Scope gehabt, oder wie? Ihrer. Ach so. Wie viel war das? 313 Meter. Nice. Das ist schon gut. Oh, hier sind wir ein bisschen geschützt. Hier haben wir eine Seite zumindest ein bisschen Erhöhung. Aber was ist mit dem Auto, mit dem Auto, die, das war doch hinter uns. Hier. Das waren die mit dem Auto. Ach so. Vor uns. Steht da. Die fahren nach rechts, ich sehe sie, auf 70, gehen nach rechts weiter, 75, 80. Ja, da, ich sehe sie auch. Ja, ist weit weiter hinten. Da wird aber drauf geballert, an der einen Seite. Hier sind wir auf jeden Fall erstmal safe. Gucken, dass hier keine drin sind. Okay, hier ist keiner. So, ich hau mir erstmal Schmerzmittel in so einen Scheiß rein. Benni ist noch 9mm voll zu bekommen. Oh, hier ist jemand weg. Das kann weg. Da hinten war einer. Dumpen blockiert. Ah, hier. Oh, hier kann ich nice raus scopen. Hier kann ich raus snipen, alter, aus dem Scheißfenster hier. Ich meine, wenn ich die scopen hätte. Das ist nur ein Busch, ne? Okay, wir müssen weiter, ja. Wir sollten jetzt früh genug, die schießen alle, wir können weiter in die Zone rein. Ja, aber haben wir schon irgendeinen Plan. Der Roter Ping, da ist auf jeden Fall noch mindestens einer in dem Haus. Ja, dann lass uns hier ein bisschen, ein bisschen Deckung haben wir hier, ja. Kommen wir bis zur Holzhütte hier vorne. Denkt an, das Auto ist nach 90 oder so gefahren, ne? Oh, oh, Fehler. Nein, da gehen wir nicht rüber. Wieso? Naja, dann bist du halt vor der Tür wieder, ne? Auto, schon wieder, das ist dasselbe. Da vorne steht ein Auto. Oh, ich geh in die Hütte rein. Ja, das ist bestimmt gesehen. Ja. Alter, watch. Alter, ja, die kamen beide zeitgleich hierher gefahren. Keine Sonne. Alter, what the fuck, was war das denn gerade? Sehr schnelles Ende. Alter, hab ich noch einen gelockt, ich weiß es nicht. Nein, ich hab nur noch drauf gehalten, aber... Ich hab nur ein Auto gesehen, deswegen dachte ich, ja, gut. Alter. Ich dachte auch nicht, dass das Haus zerstört werden kann. Jetzt weißt es, Holz. Holz? Alter. Also Holztüren können ja auch zerstört werden. Ja, aber... Ja. Also gegen den Zaun fahren und... ...stierbst. Ja, das manchmal schon, das stimmt. Schade. Das noches... Ben es nicht.